Der letzte hat, der mit vier Slots hat zwölf Euro für halbes Jahr gekostet. Ne, für drei Monate. Ja. Ne, warte. Ne, warte. Die kosten nicht viel. Sechs Euro für drei Monate oder so. Als ich meinen Server da hatte, das war auch nicht. Ja, Marco, lass das nach der Aufnahme dann machen. Ja, klar nicht in der Aufnahme. Ich bin irgendwie dumm. Ich guck dann gleich eben. Ich hab mir ja wohl Sieger holen, ne? Ja. Hast du das eigentlich auch noch gekauft? Ne, hatte nicht genug Geld. Voll. Du hast noch gar nicht gespielt. Schon runtergeladen? Ey, ich glaube nicht. Ich hole mir Evo Land. Ne, das hab ich gesehen. Das war nicht cool. Meinst du? Ist sowas wie Towns. Ne, das ist RPG. Durch die Zeit. Ja. Ich find's nicht so. Aber ich weiß es nicht. Ich fängst halt an, so mit 2D-Sicht-Kack-Dings da. Und dann kommst du den A-Knopf und sowas immer dazu. Und dann kriegst du die Musik. Ja, dann kriegst du die Kaffee, man. Towns und alles. Tom, du solltest darauf achten, dass wenn du Ohrst oder so in den Ofen packst, ne, dass da Kohle oder so drin ist. Kann doch auch. Also bei dem Gollte ist keine Kohle. Scheiße, das hab ich dann wieder gesetzt. Robin, lädst du grad was hoch? Nein. So spacken die Steine dann manchmal. Keine Ahnung. Tom hat gute Verbindung. Ich auch. Das ist klar, ne? Nein. Wir hätten das Nikolit in die Truhe gepackt, man. Das kommt in die hier oben. Ich hab schon länger kein Nikolit mehr in der Hand gehabt. Genauso wie Slapis Lazzuli. Na, wir haben wieder ein bisschen Kopper. Na, 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 na. Da, ich brauch mir gleich ne Uhr. Wird ich mal sehen, wann Nacht ist. Was, was ne Goldverschwendung? Guck auf die Map, da siehst du auch, wann Tag und wann Nacht ist. Echt mal. Jetzt ist Nacht, scheiße, jetzt muss ich wieder raus. Weil ich halt Bone-Mehl noch brauch. Na, wie viel Bones hab ich gekriegt? Hier sind noch 10. Wo? In der Mob-Sachen-Truhe. Die du selber gemacht hast. Oh. Dann geh ich doch nicht raus. Habe ich noch Redstone-Torches? Oder muss ich ja ne Schuhe? Ich geh mal Samen-Farm. Wir haben gar kein Redstone mehr. Wo ist das ganze Redstone? Ich hab das gebraucht für Lampen. Ja, Tom. Ich hab noch 30 in der Tasche. Ja, ich geh einfach an die Quarry. Ist auch noch was. Nein, 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 nein. Wie tief ist die eigentlich? Von der Höhe her. Auch an der Zahl. Schon ganz schön. Ich will da jetzt nicht unbedingt wieder runter. Warum nicht? War da schon wieder Wasser reingelaufen? Und Lava. Jetzt ist es mir egal. Die Oars kommen ja trotzdem, die Items und so kommen ja trotzdem hoch. Zum Glück werden die da durchgepumpt, ey. Let's have a blast. Ich mach mal kurz ein Advanced-PC, ne? Schau mal. Ja. Für Tom. Ach nee, ich hab gerade kein Glas. Glas, Glas, Glas. Ja, ich fahr mir schon grad Sand. Also die Glastroh ist leer. Also Sandtour. Ich mach grad Sand. Ich brauch ja nur einen. Ein Glas. Hast du noch eins, Marco? Ja, weil ich hab auch ein Glas brauchen. Ne, ich hab gar kein Glas mehr. Oder? Ne. Hast du gar nichts zu tun? Ich? Ja. Ich mach gar kein Redstone-Fackel. Warum? Glas holen oder was? Warum? Ich mach doch gerade, ich hol's Pfamm, gerade Sand. Ja, ich hab gar nichts an. Ja, ich bin eh hier am Lager. Fast schon. Spruch dort. Irgendwas wollte ich grad noch. Ich hatte aber noch Fackeln, das weiß ich. Ja, was ist noch? Wo sind die hin? Ne. Klar. Da muss ich dir Tom S noch stecken, ne? Wollte ich auch noch machen. Wolltest du dir unbedingt zeigen. Ja, ich find das voll geil. Ach, dir sind ja sogar noch zwei Obsidian drin. Hab ich doch gesagt, wir haben noch zwei. Sind wieder alle einmal in Gebraucht, grad in den Dings drin? Nö, aber die müssten alle jetzt leer sein. Kannst du rausnehmen. Ich hör' ne Spinne. Ist die oben oder da unten drin? Hier steckt dein Boomerang, Marco. Kannst du doch stecken lassen? Nee, geht eh nicht raus. Steckt zwischen Quarry und Steinwand. Kriegt man da nicht weg. Anstatt hast du das Weizen genommen und Brote gemacht, Marco? Ja, ist in der Fußtruhe. Also in der Fußtruhe. Weil ich fress mich grad mit Appetum. Tom, gib mir mal bitte ein Glas. Hier, warte. Ein Glas Pain oder Glas? Äh, Glas, glaub ich, ne, Marco? Oder ist das Glas Pain? Glas Pain. Ja, da gib mir ein Glas Pain. Fällt mir grad mal was ein. Ne, das war uns Computer, kann man doch einfach mit einer Spitzhack oder Faust oder so abbauen, ne? Ja, aber die musst du erst dann, ähm, Namen geben am besten. Das ist doch wo es. Da musst du am Anfang direkt, äh, label, set, dann machen. Äh, man macht mal, äh, label, set, also label, leertaste, set, leertaste, tom, o.s. Wo setze ich den denn? Ja. Äh, label, ist das nicht Punkt, set? Nein, label, set. Da ist jetzt ein Fragezeichen drin. Setzeichen dazwischen. Äh, label, set. Jetzt. Da ist der Tomo, erst wenn du abbaust, dann schickt er mal Computer Tomo, ist. Alter, wie viel Glas man für diese Lampen braucht. Sind hier auch Lampen? Äh, 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 äh. Marco, witzig wie eh und je. Normal. Wollt hier auch nicht witzig sein. Ach, jetzt auf einmal. Du hast erst rein interpretiert, dass es witzig ist. Da witzig sein soll. Interpretiere, und du? Ja, der Klingelton. Haben wir Redstone noch? Ja, ich hab noch 30 mit. Wenn irgendwas nicht mehr da ist, dann hab ich das in der Tasche. Ja, der nimmt immer auf voll unnötigerweise die ganzen Stacks. Nein, ich hab nur noch 30. Ach, doch, ich hab einen Stack genommen. Jetzt sind es 30 noch. Brauchst du? Ja. Ja. Danke. Er sagt danke, weil ich ihm Sachen gebe, die er eigentlich aus den Drohnen hätte nehmen können, wenn die da drin gewesen wären. Ja, aber es ist ja nicht mehr da. Hier kommt noch die Verkabelung rein, oder? Ja. Cool. Wir haben nur jetzt einfach in die Quarry gucken können. Da ist noch mehr als genug Redstone drin. Ernsthaft? Ja. Scheiße. Ja, genau. Was ist? Wo ist denn aus? Hä, was ist das mit dir? Redet gar keiner. War gefühlt sich immer angesprochen. Vielleicht der Grund, warum ich es nicht verstanden habe. Jemand Bock heute Abend auf einen Film, oder so? Ja. Mich langweilst nämlich irgendwie. Ich hab schon den ganzen Tag Bock auf einen Film. Ah, hier ist die Quarry. Die nächste Reihe kannst du auch schon machen. Warum auch immer ist überall Cobblestone im Boden? Ja, das kommt, weil ich das hänge. Das war, als ich dann die Quarry eingefrogen bin. Ach, Kohle. Die nächste Reihe kannst du auch schon anfangen. Oh, ich seh nix. Scheiße. Aber jetzt bin ich hier drin. Ach, jetzt hab ich eine normale Fackel gesetzt. Kannst du ja in TomOS dann noch Slash Disco einbauen später. Ja, kann ich mal. Ist erstmal Obsidian im Boden. Warum ist denn hier jetzt Obsidian im Boden? Das weiß ich nicht. Da war. Ach, das war, wo wir anfangen haben, hier. Ja, aber das war doch nicht hier, oder? Doch, oh lo. Doch, das war hier. Ein Lamp ist hier, fehlt defekt. Ja, warte. Muss verriet werden. Ich muss aber erstmal orange Lampen wieder herstellen. Okay, ich bin in der Quarry. Also hier unten, das ist das reinste Labyrinth, ne? Das glaubst du gar nicht. Ne, verlaufen. Verlaufen. Ah. Welche Lampe? Ach, die. Wie komm ich denn da von unten hin? Marco, stell ich mal bitte da drauf. Okay. Nein, eine Reihe zu früh. Oh. Oh lol. Ja, okay. Danke. Jetzt läuft jetzt. Ja, da war warum auch mal kein Strom. Jetzt kommen Orangeschlampen. Ich glaub, die nächste Reihe kann ich auch noch machen. Warum? Warte, lass mich erst rein. Warte, lass mich erst rein. Buh, lass mich erst rein. Danke. Schatz, das brauch ich mal an mir. Schon wieder? Da muss ich mal gucken. Nehmt mal, ihr könnt schon mal die Fackeln abbauen an den Wänden, die brauchen wir eh nicht mehr. Ja, mach aber erstmal. Müsste ja mittlerweile hell genug sein. Ja. Vier White Bloomer. Und ich noch herstellen. Passt genau, zwei Lampen. Mehr hätte ich nicht gehabt. Leuchten alle? Ja. Sollten noch ein bisschen weiter zum Portal erweitern, hier. Ganz schön hell ey. Aber hier ist er aber noch mal ran. Kein gut ausverleuchtet, ne? Hä? Wollt ihr das hier auch noch machen irgendwann? Im Lagerraum Ding da? Ja, aber erstmal ein bisschen runter. Aber dafür würde ich sagen, machen wir dann einen eigenen Strom, auch über den PC, aber einen eigenen Stromkreis, dass man zum Beispiel Lagerraum einschalten kann und äh, Haupthalle. Lass doch machen, im Lagerraum ist nicht das Disco-Ding, sondern in Haupthalle kann man das Disco-Ding anmachen. Dann später noch. Bis dann.